Wusstest du, dass es ein Tier gibt, was sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane besitzt? Die Rede ist hier von dem Plattwurm. Wie der das bei der Fortpflanzung nutzt, kann man erst gar nicht glauben. Plattwürmer vollführen einen Penis-Fechtkampf. Dabei wird wortwörtlich die Rollenverteilung ausgefochten. Die Tierchen rammen sich ihre dolchähnlichen Penisse gegenseitig in den Körper, bis einer erfolgreich eingedrungen ist und den anderen befruchtet hat. Verzweifelte Plattwürmer stechen sich ihren Penis sogar in den Kopf und befruchten sich so selbst. What the fuck? Das war's für heute.